Ich dachte eigentlich auch, ja. Die sind noch 5. Ja, eigentlich sind wir 6. Ja, die sind noch knappein. Ist sie irgendwie da? Nein, die hat die LED runter. Die hat Poké da auch, oder? Ja. Oh, da wird wirklich Spaß haben. Oh, okay. Oh, scheiße, Alter. Ich bin sicher lechtern. Max hat was Cooles gefunden. Oh, so ein bisschen das Gefühl. Oh, ich bin sicher, Alter. Oh, ich bin sicher. Oh, ich bin sicher, Alter. Oh, ich bin sicher, Alter. Oh, ich bin sicher, Alter. Ich bin sicher, Alter. Scheiße, Bots. Ach man, jetzt habe ich hier schon wieder so ein Ding gewastet. Oh nein, der meint, der kommt ja immer neuer. Ich weiß. Von diesen Boosts, von diesen, wenn du durch dieses grüne Wasser läufst und bekommst du so drei Totenköpfe und wenn du dann doppelt der Tasse drückst, kannst du dich so nach vorne boosten. Oh ja, das mache ich die ganze Zeit. Hat man davon nur ne begrenzte Anzahl? Ja, drei Stück auf einmal. Also jeder Totenkopf ist ein Boost. Aber wenn du halt dich die ganze Zeit sowieso bei dem Wasser befindest. Äh. Oh, ist bei mir nicht mehr. Dann bei mir in der Nähe. Nee, das Wasser, die gibt es hier überall. Die grünen Flüsse. Aber es muss nicht unbedingt heißen, dass ich direkt bei dir bin. Also bin ich jetzt. Ach man, selbst wenn ich nicht gesehen habe. Ich bin, jetzt hat ich in die Zeit geöffnet. Ich bin, jetzt bin ich, jetzt bin ich geborenen. Jetzt bin ich sogar noch ein Angen. Ich bin, jetzt bin ich, jetzt bin ich, und ich bin, den Schauschschild. Dann bin ich, jetzt bin ich, jetzt bin ich. Ich bin, jetzt bin ich in die Zone. Ah! Hättlicher! Der Kettl ist so low, das kannst du keinem erzählen! Na, dann bist du doch trainieren! Nein! Entschuldige Baby! Alles gut! Oh! Oh, okay! Was ist das? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! nein 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 non! Boah, leck mich am arsch, Alter! Oh ho ho ho.. Ich muss hier weg.. hihihihihihihihihihihihihhh aye.. PowerD Da hat mirthext best Turns die Schwellkraft zur Seite, neinaa man... hihihihihi Yooos Was passiert nun? Der schießt die letzte Nuss auf. Scheiße, irgendwie. Ja, das ist schwer zu zielen. Der Gegner darf sich gefühlt gar nicht mehr bewegen. Wie viel hat er das gemacht? Ich hab gar nichts abbekommen. Er hat mir nicht getroffen. Ey, sie blitzt ja echt geschissen, ey. Richtig stark. WTF? Alter, wie die Dinger sich abnutzen, ey. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Alter, geil. Ah, die hat nicht mehr gefunden. Was ist das? 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 Was ist das?